Und was passiert, wenn man alle Power-Ups gleichzeitig aktiviert? Oh, kann man das? Ultra-Mario kriegt man dann, glaub ich. Habt ihr euch schon immer gefragt, wie es ist, wenn Mario alle Power-Ups auf einmal benutzt? Wenn ja, dann ist das heute euer Glückstag, denn wir spielen den Too Many Power-Ups Mod für Mario 64. Und zwar bin ich mit dem Akata hier. Deswegen checkt den ersten Link in der Videobeschreibung und guckt bei ihm vorbei. Wir werden jetzt ganz normal den Mod zocken und werden dann erstmal die Power-Ups euch einzeln zeigen. Und am Ende werden wir alle fusionieren zu einer ultimativen Mario-Form. Power-Up Nummer 1, Bean-Mario. Oh! Alter, das ist geil. Das soll wie eine Lulige sein. Das erste Power-Up. Aber warte mal, wie sehen wir denn aus? Wie Wario, guck mal, die Koteletten von Mario und irgendwie so eine weiße Haube auf dem Kopf. Also das ist ja ein bisschen... Ich meine, Bean-Mario ist eigentlich mal low, aber das ist cool. Hey, warum ist das so? Ein Korruptes aus... Ach, was... Den Glitz... Ja! Power-Up Nummer 2, Silber-Mario. So Leute, das nächste Power-Up. Und wie sehen wir aus? Erstmal von vorneweg sind wir ein bisschen angeschlagen. LOL! Und wie hört es sich an? Es hört sich an wie Metall-Mario, echt ein bisschen. Ja, okay, man ist unverwundbar. Das ist einfach wetten, Mario, aber es hält halt für immer. So, jetzt bringe ich die mal alle hier um. Ich bin unverwundbar. Power-Up Nummer 3, Goldener Tanuki-Mario. So, jetzt haben wir den... Ah, das ist, glaube ich, der goldene Tanuki-Anzug. Flieg mal. Ich glaube, du kannst fliegen, oder? Erstmal fliege ich auf die Schnauze. Gar nicht. Nee, aber fliegen kann ich auch nicht. Hey, mach mal jetzt. Doch, du kannst fliegen! Ja! So, als nächstes haben wir Propeller-Mario. Mal gucken, ob der fliegen kann. Ah, das ist jetzt richtig. Flieg mal. Oh, wie cool! Ja, wie cool! Oh, das ist echt geil, Mann. Das ist cool gemacht. Jetzt. Du... Oh, ey, das ist... Das ist cool. Warte mal, klar, stopp. Ey, das sollte locker klappen, ohne Spaß. Ich probier's. Oh, nein, ich probier's. So, jetzt sind wir hier als Feuer-Mario und wir können endlich Feuer schießen in Mario 64. Das hat's ja leider nicht ins richtige Spiel geschafft. Ach, das sind doch diese Feuerwürmer von dieser Lavandagule. Guck was. Oh, man hat sich jetzt schwer blenden, wie dumm. Guck mal hier, das ist echt dumm, Mario. Das ist so dumm. Ey, schlacht es sich selber ab hier. What the fuck? Ah! Shadow Mario. Aua, ey. Das ist genau das gleiche in grün. Ich glaube, das ist Pinguin-Mario. Nein. Ach ja! Ja! Wuuu! Ja! Das ist zwar nicht schlecht, aber das ist immer geil. Oh! Hä? Was kann man drüber schießen? Noch unfairer, heute ja immer wegen schummeln weißt du, aber das ist, glaub ich, ey, ich versuch jetzt schnell hochzufliegen. Wegen Abkürzung, ne? Meinst du, wer sieht das? Schnell noch besiegt den alten Heini, so, low poly, guck mal, hat so einen runden Kopf, so ein Playmobil, wie so ein Lego-Männchen. Oh, das ist der Ultra-Mario, das ist die ultimative Lebensform, Leute, alles in einem. Oh, fuck, 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 guck mal, ultimative Lebensform, oh, guck mal, das ist geil, das ist richtig geil, das ist ein Mario, so wird ein Mario spielen, so machen wir jetzt unter Sterne. Hahaha. Er fliegt. Wie geil, das ist unendlich für den Mario. Wie OP. Das ist für mich richtig geil, Leute. Ich kann nicht bremsen. Ey, das ist richtig geil. Oh, du willst. Ey, dann müssen wir Bauer spielen. Wenn ich jetzt verwundbar, warte mal, das muss ich austesten. Unverwundbar. Okay, Leute, ey, komm, komm. Hä? So ein 2D. Ey, Paper Mario. LOL. Paper? Du platt gedrückt, ey. Ey, das ist geil. Einfach da musst du. Und dann Sonic. Sonic Musik. Ich kann's nicht aufhören. Nein. Das ist das Ende. Ey, was. Ich drück einfach immer alle. Er sitzt neben mir und drückt alle Knöpfe und kriegt's wieder hin. Du musst jetzt wieder ultra unfair spielen. Egal. Du musst hier, warte. Du musst jetzt hier warten noch ein bisschen. Dass du damit in den Sternen vorzunehmen kannst. Ich kann nicht. Nein. Ah, geht euch hin. Nein. Ich bin noch nicht am Ziel. Warte. Ah. Jetzt hat er mich besiegt. Der Wixler. Scheiße. Nein. Hahaha. Nein, oder? Oder heul drum wegen. Sag dir jetzt das. Ja, Leute, das war's mit dem Video für heute. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was für ein Mod, was für ein Hack für Mario 64 oder allgemein, welchen Mario-Mod wir noch zu zweit austesten sollen. Wir werden's natürlich machen. Ansonsten vergesst nicht bei Marcata vorbeizuschauen. Ich bin raus. Wünsch euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theodore.